Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community hier draußen im Weltei auf dem wunderschönen Planeten-Vulkan mit mir, dem Chris und Stationiers natürlich. Und ja, heute soll es mal eine kleine Wendung geben in diesem Let's Play. Die Wendung ist diese, dass ich mit dieser Folge das Let's Play beenden werde, denn ich bin der Meinung, dass wir hier gezeigt haben, dass wir hier überleben können. Dass wir hier alles herstellen können, was wir herstellen wollen, was wir brauchen. Wir haben mittlerweile Erze im Überfluss, das heißt, im Prinzip brauchen wir eigentlich die Rakete gar nicht mehr für das, was wir hier bauen könnten und wollten. Denn wir haben einfach alles schon fertig sozusagen. Sicherlich könnte man das Ganze hier noch schön bauen und vielleicht nochmal umbauen und das Ganze ein bisschen schöner zusammenstellen, dass man entsprechende Räume für die entsprechenden Gerätschaften hat, dass das alles im Keller wandert, dass man das hier oben schön clean und ordentlich hat und dass man alles schön angemalt hat und die Dächer richtig rumbaut und solche Sachen hier wegbaut, diese Ecken, die hier noch so sein müssen. Ja, könnte man alles machen, aber wie ihr wisst und die Stammzuschauer wissen es tatsächlich, ist es ja bei mir so, dass ich dieses ganze Let's Play Thema natürlich nicht mache, weil ich mit YouTube Geld verdienen möchte, sondern weil ich das aus freien Stücken tue und weil ich dieses Spiel gerne spiele und euch halt daran gerne teilhaben lassen möchte und euch natürlich auch möglicherweise mein vorhandenes Wissen über Stationiers weitergeben will. Das ist nicht so riesig, wie viele manchmal denken. Also ich muss mir auch vieles ausprobieren und vieles rumbasteln, damit es funktioniert. Und ihr kennt es ja, ihr seht meine Let's Plays, ich bin manchmal sehr verpeilt oder sehr oft mache halt auch Fehler, genau wie man das halt beim Zocken macht. Dementsprechend bin ich mit Sicherheit nicht der perfekte Spieler und dementsprechend sieht auch die Basis nicht so perfekt aus. Die sieht halt pragmatisch aus, die funktioniert, die muss nicht schön aussehen. Sage ich ja immer, wisst ihr ja. Und jetzt habe ich dann mal hier gesessen und bin mal hier so in der Basis rumgelaufen und habe so überlegt, was wir so als nächstes machen können. Und ja, wir hatten ein paar Sachen vor, wir wollten hier oben aufräumen, wir wollten das hier alles noch schick bauen, wir wollten hier draußen noch alles zubauen, da hinten ist ja alles noch offen. Ja, wir wollten, 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 aber am Ende ist es eigentlich so, dass die Sachen, die wir hier bauen können und müssen und sollten, um zu überleben, haben wir gebaut. Es ist nicht schön, aber es ist funktional. Und irgendwie bin ich dann jetzt an einem Punkt, wo ich dann sage, naja, nun, es läuft. Ja, also wir müssen eigentlich nichts mehr groß tun hier. Wir können hier ganz da rumlaufen, wir können hier chillen, können uns ins Bett legen und pennen. Aber so einen richtigen Auftrag und eine richtige Aufgabe sehe ich jetzt hier nicht mehr. Sicherlich, wir brauchen nicht drüber reden, es gibt hier noch genug Aufgaben, die wir angehen könnten, einfach um ein schönes Ende eines Let's Plays zu haben. Aber meiner Meinung nach, finde ich, ist das so ein Punkt, wo ich sagen kann, das kann ich an euch übergeben. Möglicherweise als Safe Game, wenn ihr es haben wollt, glaube ich zwar nicht, aber nur mal angenommen. Und ja, dann könnt ihr es ja schön bauen oder was auch immer. Könnt ihr euch was abgucken, wie ich hier was gebaut habe, wie auch immer. Ihr habt es ja in dem Let's Play gesehen, wie es entstanden ist. Also, ich würde gerne dann ein weiteres Let's Play beginnen. Mit natürlich einer kleinen Pause wieder zwischendurch. Das kennt ihr ja von den letzten Let's Plays. Und da würde ich dann gerne entweder auf dem Mond oder gleich auf der Venus anfangen. Ich persönlich würde jetzt aber eher den Mond bevorzugen, denn Venus ist schon so, dass ich damit ein Problem habe. Also, mit Venus habe ich schon ein Problem. Ich kriege das tatsächlich nicht so hin, dass ich mit euch so ein Instant aus der Hose geschossen, aus der Hüfte geschossen ist. Wenn ich das Let's Play hinkriege, denn Venus fordert mir persönlich ordentlich was ab, gerade in den ersten Spielstunden nicht in totale Panik zu verfallen und da zu versterben. Also, dementsprechend bedarf es da etwas Vorbereitungszeit, dass ich nochmal den Start ein bisschen üben kann. Einfach, um auch ein Video zu haben, an dem wir dann anknüpfen können, um dann das Let's Play dort weiterzuführen. Wenn ich jetzt hier permanent sterbe, weil ich zu blöd bin und ich einfach 17 Folgen lang immer noch versuche zu überleben und mich ärgere und rumschreie und maule, dann ist ja keinem geholfen. Euch nicht und mir nicht. Und mir soll es ja Spaß machen. Und dementsprechend würde ich gerne nochmal ein bisschen üben auf der Venus. Also, für mich persönlich, ohne euch, ohne Let's Play, ohne Aufzeichnung, einfach mal ein bisschen üben, um zu gucken, dass ich den Start hinkriege, dass wir wenigstens nicht gleich in der ersten Folge sterben. Was sicherlich passieren wird. Aber, ne, das kann man ja versuchen. Ich habe mir dazu eine kleine Liste gemacht, wo ich so ein paar Sachen aufgeschrieben habe, die ich halt gerne da noch so brauche. Also, die ich am Anfang brauche, wo wir halt sagen, hier, ich brauche 20 Eisen, 10 Gold und 3 Kupfer. Und dann, dass ich dann so die Basis insoweit hinkriege, dass wir da halbwegs überleben können. Ja, ihr wisst ja, auf der Venus sind es permanent 462 Grad nachts und tagsüber. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Man braucht zusätzliche Waste-Gas-Flaschen und Sauerstoff-Flaschen, um eben nicht zu sterben draußen. Der Sauerstoff am Anfang ist so knapp, dass man tatsächlich ein bisschen den Finger ziehen muss. Und man darf ihn halt nicht wasten. Man muss ihn halt irgendwo reintun, den Sauerstoff, um ihn dann später weiter zu verwenden. Problem ist, man hat natürlich noch keine Insulated Pipes. Das heißt, der Sauerstoff, den man dann in so Pipes reinpumpt, der ist dann so heiß, nachher mit 460 Grad, dass man den dann irgendwie auch erstmal kühlen muss. Und naja, wird eine interessante Geschichte, was wir da bauen müssen. Aber ich habe da voll Bock drauf, das Ganze auch mit euch durchzuziehen. Aber wie gesagt, aktuell bin ich da noch nicht bereit, das zu machen. Deswegen wäre die Frage, ob wir nicht auf dem Mond anfangen. Und auf dem Mond hätten wir die Möglichkeit, dass wir da auch wieder eine kleine Steigerung haben der Schwierigkeit. Denn aktuell ist es ja so, dass wir das, was wir da so gemacht haben, eigentlich so ein bisschen aus der Hose geschossen haben, aus der Hüfte. Also Mars brauchen wir nicht drüber reden, Mars ist wirklich easy peasy. Europa war sehr interessant, auch sehr schön am Anfang, gerade mit der Kälte, war wirklich schwierig, aber ging auch. Vulkan war auch am Anfang schwierig mit den Temperaturen, haben wir aber auch gemeistert. Auch die Sauerstoffproduktion, die wir ja ankurbeln mussten, weil es ja kein Eis gibt auf Vulkan, war auch super, haben wir hinbekommen. Und die nächste Steigerung wäre natürlich dann Venus, aber ich finde den Mond auch interessant, denn der Mond hat keinerlei Atmosphäre, keinerlei Druck, keinerlei Temperatur. Hat nur 17% Gravitation der Erde, was ist schon ordentlich, da kann man halt ordentlich hüpfen. Aber dadurch, dass er keinerlei Temperaturen und Drücke hat, also auch keine Atmosphäre, der Mond hat ja keine, ist das die Schwierigkeit im neuen Let's Play auf dem Mond, also als nächste Steigerung, weil wir dann wirklich uns um alle Gase kümmern müssen, die wir so haben. Also klar können wir sowas wie N2O und unseren Schnatter, das brauchen wir alles nicht, Stickstoff und so, Stickoxid brauchen wir nicht, kommt alles in die Atmosphäre, wird gewastet. Aber CO2 brauchen wir, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Wasserstoff und wir müssen natürlich Wasser herstellen, wir müssen Sauerstoff produzieren, wir müssen gucken, dass es unseren Pflanzen gut geht. Also müssen wir auch zeitnah CO2 besorgen und da ist es eben nicht so, dass man das einfach aus der Atmosphäre filtern kann, sondern man muss es herstellen und das stellt man halt durch Verbrennung her. Das heißt, sobald wir die Furnace aufbauen, die normale gasbetriebene Furnace, die wir dann mit Eis und H2 betreiben werden, dann müssen wir die dann auch schon auffangen, die Gase. Das ist dann schon so, dass wir da nicht einfach sagen können, wir wasten das alles, sondern es muss alles aufgefangen werden, von Anfang an. Jedes einzelne Molgas werden wir auffangen müssen, also wird nicht klappen, wir werden sicherlich das ein oder andere Gas wasten, aber so prinzipiell müssen wir wirklich die meisten Gase davon aufheben, denn wenn wir die Pflanzen mit CO2 betreiben wollen, wird das natürlich schwierig, wenn wir kein CO2 aus der Atmosphäre ziehen können. Wir können kein H2 aus der Atmosphäre ziehen, wir müssen also zeitnah dann auf dem Mond auch Eise sammeln und sowas. Der Vorteil auf dem Mond ist, wir haben angenehme Temperaturen, das heißt wir werden da nicht so die Probleme kriegen, weil der Mond hat halt keinerlei Atmosphäre, das heißt es ist immer kalt, aber nicht tödlich kalt. Also nicht wie auf Europa, wo es dann minus 150 Grad kalt wird, haben wir ja nicht. Also dementsprechend würde ich sagen, machen wir als nächstes den Mond und versuchen vielleicht da dann mal eine Basis zu bauen, die vielleicht mal schön ist. Vielleicht sollten wir uns außerhalb der Hektik mal überlegen, wie unsere Basis aussehen soll. Ja, möglicherweise vielleicht sogar diesmal mit einem Keller, aber auch da werde ich dann zusehen, dass ich die Raumbauten mache ich dann außerhalb des Videos und präsentiere euch dann die Räume an sich und die werden wir dann füllen mit Leben sozusagen. Also weil ich denke mal, das Bauen der Räume, das ist einfach was, was ich mir persönlich nicht angucken möchte und dementsprechend werde ich das dann wieder offline machen. Ja, gut, also das war es zum Thema Vulkan Let's Play. Es tut mir leid, dass das vielleicht für euch jetzt gerade so hardcore abbricht, aber ich sehe auch an den Zuschauerzahlen, an den Watchtimes und so weiter, dass ihr jetzt irgendwann auch an einem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, das habe ich jetzt gesehen und das hat funktioniert und was kommt denn jetzt noch? Nee, es kommt nichts mehr. Also Vulkan Session 1 ist damit beendet und wir sehen uns dann als nächsten Schritt sozusagen auf dem Mond. Wie gesagt, Venus brauche ich noch ein bisschen, um da zu überleben. Ich möchte euch ja auch ein bisschen was präsentieren. Wir werden hektisch, wir werden sterben, wir werden explodieren. Das wisst ihr, ich bin eben so und das ist ja auch das, was ihr sehen wollt. Ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz recht herzlich für euren Support und dass ihr Stationiers so feiert. Als ich Stationiers angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass die Stationiers Community so groß ist und dass es da draußen so viele Leute gibt, die das interessant finden und das gerne gucken wollen. Vielen lieben Dank für euren Support und vielen Dank nochmal auch auf unseren Discord, an die ganzen Leute, die da sind und auch an die Unterstützer. Die diesen Kanal unterstützen und das auch möglich machen, dass wir einen Rootserver besitzen mit Games-Servern, die ihr bespielen könnt. Ja, also LS22, Stationiers, Space Engineers, Satisfactory haben wir aktuell laufen. Ja, super coole Sache. Ja, wenn ihr da mitmischen wollt, dann einfach mal auf den Discord kommen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns da. Ich bin auch immer da, also auch erreichbar, ihr könnt mich auch anschreiben, ist kein Problem. Ich bin ja kein YouTuber, ich bin ja Chrissy, nicht wahr? Also, ich danke euch und wir sehen uns dann im Let's Play auf dem Mond. Bitte gebt mir noch ein paar Tage Zeit, dass ich mich mal noch ein bisschen ausruhen kann und dann geht's weiter. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass.